so ich habe bei der jahre gefunden tornelia nein ich will jetzt keine arbeit bei euch machen ich will jetzt weg sehr schön so da lang jetzt haben wir 27 niedriche das muss ja wohl erstmal reichen würde ich sagen oder ich hoffe mal 27 niedriche das war echt dicke ich hoffe die quest geht davon nicht wieder kaputt oder wartet der die ganze zeit naja ein bisschen komisch wenn er warten würde aber naja vielleicht ist das ja so vielleicht hat das spiel jetzt vorgesehen wenn man mal hallo leute wird das vielleicht machen jetzt gehen wir weg da ja wozu die eile weil ich weg muss du kackfohl du ja bei einem sehr hohen kopfgeld wird die wache des höchsten turms versuchen die gesuchte person einzugrafen sobald sich diese in sichtwelle befindet achso ich habe kein kopfgeld glaube ich und wenn dann mache ich alle platt die ddra die ddra ich will das ddrr sperrte ddrr rüstung haben ey ehrlich muss ich mal welche mal kennenlernen ein paar ddrrs naja ich muss mal echt wieder zu den magiern bleibt mir nichts anderes übrig da muss ich auf jeden fall noch hin ja komm auf das könnten wir ja als nächstes machen ich weiß nicht wie lange das hier noch dauert mit der diebesgilde aber das könnten wir eigentlich noch machen. Ich mach diese noch zu Ende und dann gehen wir zu den Magiern. Ich kann ja immer noch, äh... Muss ich auch noch machen. Scheiße. Hm. Noch so viel Licht aus. Ne. So, Karte. Ganz schnell wieder zur Eisamkeit. Äh... Ach da. Ach da, da ist ja Leuchtturm. Nein, war das denn da? Das war der Hafen. Nein. Äh, Lagerhaus, da muss ich hin. Ja. Hoffentlich seid ihr jetzt nicht hell. Weil wenn das hell ist, dann sind da bestimmt wachenden Leute, die hier rumhocken. Das wär blöd. Eins sagt, das Rennstall sehr eng mit dem Kaisereich verbunden und vielen äh, Jalen schluss, blablabla. Ja, gut. Gegen Kalken und Giftresistenzen. Wenn die Fähigkeiten ein Tier beherrschen, können sie Tiere für Gissheit zu verbrüllen machen. Ah, cool. Aber ich bin immer noch für Nord. Waldelfen hin oder her. Auch die ganzen Eidechsen und so. Naja. Oh, es ist dunkel. Gott sei Dank. Jetzt können wir da ganz schnell rein. Und da. Und das. Und aufbrechen. Nein, da. Nein. Das antippt. Hallo. Hier ist aber. Ja, wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier Sache ist. Was hat der da vor? Wieso ist der da drin? Und wo geht der hin? Fragen über Fragen. Wir werden sie gleich beantwortet haben. Ja, der Gruß für die Stirbhalten. Ja, bla, bla, bla. Himmelshand. Ja, ja. Jetzt kommen immer diese Ladesequenzen, ey. Das geht einem so offen. Nüsse. Wie gesagt, bei meinem Computer. Fünf Sekunden. Nicht mal fünf Sekunden. Zack. Fertig. Und hier. Muss langsam sein. So. Wo will denn? Hier sind doch keine anderen Leute, oder? Dass lang hier keine anderen Leute rumlaufen, ist halt gut. Oh, die Ziege. Die mich jetzt verjagt. Komm, ho. Oh, oh. Oder war es die Ziege, die uns entdeckt hat? Ich hoffe mal nicht. Das sind nur die Ziege. Wo will der hin? Verdammt nochmal. Hier ist ein Lagerhaus. Hier ist viel Essen. Scheiße. Scheiße. Puh, das war knapp. Das war knapp. Ist da jemand? Nein, nein, nein. Hier ist keiner. Tschö. Nein, nein, nein. Was? Ich hätte doch gar keiner gesehen, oder? Bitte nicht. Ich bin gar nicht da. Ich war nur in deiner Einbildung. Genau. Geh schön wieder weg. Oh, da ist auch einer. Shit. Und wo ist... Ach, der läuft da hinten noch. Versteckt. Gut. Ja, ist sie auch. Hm, 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 hm. Das kommt mal nicht hier. Ja, scheiße. Können wir hier raus? Alter, was ist denn hier los? Wieso sind die so viele Kaiserlichen? Und was ist das da? Ziege. Wo ist der Penner? Nein, hier ist niemand. Nein. Alter, verpisst euch. Nein. Mich hast du gar nicht gesehen. Was war das? Ich muss weg. Ich muss weg. Scheiße. Boah, ist das heftig. Ist da jemand? Nein! Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Oh, ist ja doof. Da innen läuft der Penner. Jetzt laufe ich ganz langsam weiter. Dass sie mich nicht sehen, er ist die doof. Da ist auch einer. Mist! Ich laufe jetzt hier rum. Puh. Boah, ist das heftig. Och, Alter. Ihr gleicher Herzblatt, Daniel. Komm, geh da rein. Und? Nein, mich sieht keiner. Nein. Das nehme ich aber alles mit. Danke. Ah, die können das mal... Nein! Boah. Hä? Wo ist der hin? Ach, da unten. Nein! Bleib da stehen. Ja. Wo ist der Penner? Wo ist der hin? Ich bin verloren. Da oben ist eine Tür. Aber wie kann der denn da hin jetzt? Alter, der hat mich doch gesehen. Alter. Ah! Ah, hier hoch. Ah, guck mal hier. Not mit. Nein, ich baue kein Not mit. Ah, eine geheime Tür. Waldwassergrotte. Du kleiner Kackvogel. Du kleiner Kackvogel. Was hast du denn da zu suchen? Ja, das haben wir jetzt erstmal gut gemeistert, ey. Hat uns keiner wirklich entdeckt. Nicht wirklich. Gott sei Dank, ey. Mehr Glück als Verstand. Na ja, ich muss auch sagen, wir schleichen mäßig in der 100. Es käme 100, dass die uns nicht sehen. Ja, jetzt bin ich mal weiter gespannt. Abgeschlossen. Schlaffe Kolumbai. Ah, zur Rede stellen. Ich muss erstmal wieder... Warte mal. Äh, wie geht das nochmal? Nein, so. Ähm, den? Ich nehme mal Dämmerbrecher. Hat nur ein ganz kleines bisschen... Oh, oh, guck mal hier. Tja, war wohl nichts. Ich habe ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Mal gucken. Immer müssen sie sich wehren. Ein bisschen weiter runter. Ganz leise. Und schleichen! What? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Puh. Das auch. Ist da jemand? Oh, jetzt haben die mich entdeckt. Oh, Mann. Sind die doof. Ich stehe direkt neben denen. So. Aua. Alter, hau ab. Oh, ich muss mich mal hinstellen. Äh, so. Fuck you. Fuck you. Wow, komm her. Banditen. Aha. Alles Banditen halt. Komm. Geh down. Ja, für dich. Alter, jetzt verzieh dich. Oh, nein. Ich vergesse mich zu heilen. Und ich habe immer noch diese Scheißrüstung an. Geh zur Akademie, sagt er. Benutz euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn genau? Woher sollte ich denn wissen, dass ich nur diese Scheißrüstung an habe? Nein, ich habe verloren. Ich habe versagt. Ich bin so schlecht. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich schlecht. Scheiße. Nein. Äh, Objekte. Äh, na, ja, hallo. Also, Bekleidung. Die bis Gilde. Ach, scheiße. Da sind goldenen Ringe. Äh, das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Äh, und wenn wir denn noch Ringe stärken haben war? Ja, ja, ja. Schloss knacken. Naja, brauchen wir nicht. Ja. Nehmen wir nochmal das hier und das hier in der Hand. Äh, nein, das hier. So. Gehen wir dafür hin und greifen nicht an, ey. Scheißegal. Hallo. Oha. Oha, der schießt. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und was schlägt mich da die ganze Zeit? Alter, ohne Witz, ne? Warte mal. Hallo. Geh doch mal da rein, du Scheißpü. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sauertränke. Äh. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung. Heilung, 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 Heilung. Das ist ein Hammer, ey. Das wird schon heftig. Alter. Ist der krank. Ich glaube, da muss ich auch mal zum Hammer reißen. Wahnsinn. Das ist ja heftig. Ich glaube, ich muss echt bald Rüstung schmieden, ey. Das geht ja gar nicht. Verdammt nochmal. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Aber wirklich. Puh. Heftig, heftig. Äh. Ja, ist. Und hier war auch nur irgendwo eine Falle, ne? Alter, was ist das denn immer? Die Falle ist doch schon lange ausgelöst. Krasse Scheiße. Und hier? Ach, hier. Guck mal. Immer müssen sie sie. Geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Ja. Macht Holz zu Gold. Ich mach jetzt Holz zu deinem Kopf. Oh. Ja, ja, ja. Ich hab mich versteckt. Boah, der Ding ist aber echt heftig. Ist da jemand? Kopf verschwindet, Auge. Nein. Ich hab dir grad nur einen Fein im Kopf geschossen. Da ist aber keiner. Alter, ist der doof. Ja, ich mir auch. Ähm. Tschüss. Oh, was war das? Ja, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Oh. Oh, oh. Ist da jemand? Hau ab. Nein, hier ist keiner. Piss dich. Scheiße. Boah, der ist heftig, ey. Seine Axt. Oder Schreitgeholpen hat er hart. So, versteckt. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ach, glaub ich auch. Erstmal den hier abschießen. Das ist noch echte Kunst. Ach, halt die Schnauze. Seid dich an, holt sich was man will und geht. Genau, so. Alter, ohne Witz. Ne, anders krieg ich den nicht platt. Nicht mit diesem verkackten Schwert. Nein, du kommst hier nicht hin, ne? Nein, gut. Versteckt. Versteckt. Was? Ich kipp dir gleich Fantasie. Warte, ne Schnauze. Jetzt gib Gas. Zack. Was? Jetzt da jemand? Hahahaha. Hab ich den überhaupt getroffen? Ich glaube nicht, ne? Was war das? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ich meine ich auch. Ja, lauf mal dahin, komm. Der ist heftig. Der Junge ist heftig. Ich hab einst eine Holde, ihr Haar ist nicht dem Gold. Ist da jemand? Das schlägt ein, glaube ich, zweifacher Schaden. Sehr schön. Das ist heftig. Und die Energie geht nicht weiter runter. Ja, das scheint ein wenig langweilig zu sein. Ich bin die ganze Zeit hier im Rumgammeln, ey. Das ist doch scheiße. Das habe ich mir wohl was eingebildet. Aber, ich hab nicht mehr nichts. Oh, hol doch. Ach komm, wir machen jetzt gleich Platte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hau ab. Gott sei Dank. Wieso sehen die einen nicht? Sind die doof? So. Versteckt. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ja, gleich haben wir ihn. Hoffe ich. Ich glaube, das war nicht die Letzte. Scheiße. Nein, ne? Ich bin noch nicht entdeckt worden. Ich bin genau gegenüber von dir. Oh, bist du doof. Boah. Mann, sind die doof. Mehr in der Arme als im Kopf, glaube ich, ey. Scheiße, ist der doof. Nie in den Komplen. Ja, schätze, du bist dran. Ja. Jetzt ist alles klar. Alles klar, euch abzumuckseln. Ist da jemand? Alter! Hau ab. Hau ab. Ist da jemand? Der hat mich entdeckt. Scheiße. Fuck. Zeig euch, wie man richtig... Alter, jetzt... Hau ab. Boah, das wird ja gar nichts. Alter, das bringt ja wirklich gar nichts. Scheiße. Das ist doch blöd. Lass mich raten, die ganzen... Äh, Zauberträger sind jetzt weg. Ne, doch nicht. Doch, sind wohl... Ne. Alter, der geht ab. Alter. Ähm, ja... Ich weiß nicht. Irgendwie ist das doch alles scheiße. Was habe ich denn hier noch so schönes? Äh, toll. Achterfläche für Blitz. Äh. Toll. Stärke. Ja, mache ich das mal. Starken Haltungen behalte ich mal. Kleine Haltungen behalte ich auch mal. Jetzt, hallo? Wo ist mein... Alter, willst du mich verarschen? Dämmerbrecher. Ey. Hallo. Ich glaube, die wollen mich verarschen hier. Nein, rechts. Links. Mein Gott. Alter, jetzt greif doch mal an da. Und stell dich hin, du Vollidiot. So, der erste Tod. Meine Güte, ey. Das Spiel backt so rum. Ah. Guck mal her, du Penner. Alter, du bist ein Arschloch. Zaubertränke. Starken Heilungen. Gesundheit, Gesundheit. Jetzt habe ich, jetzt habe ich dich. Boah. Gott sei Dank, du Penner. Mann, 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 Mann. Ah. Ah.